Wo genau? Hier, okay. Und genau andersrum. Dann hier. So. Was brauchen die denn? Thruster-Komponents ganz viele. Aber von denen ich relativ viel habe. Ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Thruster-Komponents. Die habe ich ganz viele noch von den Triebwerken. Zehn. Thruster-Komponent. Und das hier. Und das kann weg. Ne, das kann weg. Jetzt gibt es doch nicht so schlussendlich. Warum liegt das denn da? Komm. Jetzt muss ich mal kurz weglegen. Das gibt es doch nicht. So. Dann. Construction-Komponents. Und Steel-Plates. Überall gleich viel. Zehn. Steel-Plates. Und zehn Construction-Komponents. So. Dann kann ich jetzt alle bauen. Und dann kann man schon losgehen. Also. Erstmal auch so. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit dem Zwischenspeicher funktionieren wird. Da war ich noch etwas skeptisch. Aber beim Rest, das soll ja nicht funktionieren. Also ob das dann hier drin bleibt, oder ob es wirklich hier reingeht. Das bin ich, da bin ich mir noch nicht sicher. Mal gucken. Das dauert kurz. Äh, genug Zeug habe ich auf jeden Fall dabei. Ich tue den unteren Flaster, den werde ich dann nochmal umplatzieren. Aber da werde ich auch nur ein Loch, wo der jetzt drin ist, reinpacken. Und damit nur noch die Düse unten rausschaut. Mal gucken. Vielleicht platziert noch ein paar andere um. Das weiß ich jetzt noch nicht. Oder pack noch welche dazu. So, jetzt aufladen. Wie viel Energie habe ich denn noch? Zwei Stunden, passt. Gut. Jetzt warten. Und 100. Ich muss jetzt aufhören, wenn wir weggehen, weil die Thruster machen Schaden zu blöcken. Das heißt, wenn wir jetzt nach oben weggehen, dann könnte es passieren, damit der Block unter uns kaputt geht. Was noch kommt? Ich hänge fest. Nicht stehen. So, den hier und dann noch da. Und dann noch allen und dann sind wir fertig. Fürs Erste. So, Elft der mal geschafft. Und fertig. So. Mal gucken. Okay. Versuchen wir nach oben weg zu gehen. Ähm. Den unten habe ich nicht gemacht, ne? Alle außer der unten, das gibt es nicht. Außer bin ich noch fest. Okay. Soll ich gleich machen? So, ähm. So. T. Den unten. Und fest. Jetzt aber. Zack. Okay, P. Und hoch. Haha, wir fliegen. Mein erstes selbstgeschaute Schiff. Aber wir haben den Block und uns kaputt gemacht. So direkt. Ich glaube ja. Ich sehe es gerade nicht gescheit. Ich nehme wieder rein. Okay. Ich muss das mal kurz aufteilen. Äh, das Oranium, das ich habe. Okay, aber 1,2. 1,2 durch 6 ist. Ich muss gucken. Ich habe das nicht im Kopf. Ich sehe, wenn man den Taschenrechner in der Schule benutzen darf. Dann kann man nicht mehr am Kopf rechnen. So, hier. Das hat er da vorne. Sekunde. Rechner. 1,2. Durch. 6 ist gleich. 0,2 in jedem. Und dann habe ich den. Die maximale Power. So. Ähm. Ich werde das aber nur auf 2 aufteilen. Das reicht nämlich genauso. Das heißt, ich mache jetzt. 0,6. Achso, das muss ein Punkt sein. Und das kommt jetzt hier rein. Schon symmetrisch, ne? Weil ich könnte das jetzt nicht alle tun. Da habe ich natürlich die größtmögliche Energie. Aber es geht auch, äh, am schnellsten leer. So. Das sieht gut aus. Dann würde ich sagen. Holten wir mal als allererstes bisschen Uranium. Er ist noch, er ist noch manchmal overloaded, aber es geht. Wir müssen erst mal gucken, ob das alles funktioniert, wenn ich was abbaue. So, hier müsste bestimmt Uranium sein. Ich gucke mal nach vorne. Geht der Bohrer? Ne, warum geht der? Achso, ich weiß, warum nicht. Hier ist der Bohrer. Okay, ich muss es dann doch nochmal aufteilen. Zwar. Ach, das passt schon. Ähm, das hier. Ah, ne, hier. Das sind nur Komma 6, also nur Komma 3. Hier rein. Hier. Und dann tun wir das gleiche. Ich denke, dann habe ich genug Energie, ohne ähm, zu viel zu verbrauchen. Habe ich doch gar nicht so krass übertrieben. So. Genau, das ist jetzt gleichzeitig. So, und dann. Hui. Ja, passt alles. Ich habe wieder vergessen, den Beacon anzumachen, ne? Ach, egal. So, sei für neun Stunden. Okay, ich dachte, der Verbraucher wäre viel höher. Ich dachte jetzt, zehn Minuten. So, ach, hol ich bisschen Eisen. Mir sind ja sowieso gerade die ganzen Eisenplatten verloren gegangen. So, fasse ich hier rein. Ja, schon ein kleines Schiff. Okay, ich brauche noch mehr Turbinen, weil das Ganze muss ein bisschen gehalten werden. Und das ist nicht so einfach. Das schafft das Ganze noch nicht so ganz. Aber das Abbauen sieht ganz gut aus. Also, es sieht jetzt nicht so aus, als wäre es viel. Also, es sieht so aus, als wäre es alles reinpassen würde. Ich gucke mal kurz. So, Small Coco Container. Medium Coco. Also, es wird in den Medium Coco Container, aber der eine Small Coco Container wird wahrscheinlich nicht erst genutzt, wenn die anderen beiden voll sind. Okay. Dann.